Aus der täglichen Praxis in unseren Werkstätten wissen wir aus erster Hand, welche Probleme herkömmliche Knöchel- und Unterschenkelorthesen mit sich bringen. Die Sperrigkeit, die störenden Klettverschlüsse, das Gewicht, das Schwitzen und das allgemeine Unbehagen des Kindes. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Eltern ihren Kindern meist größere Schuhe kaufen müssen. Außerdem ist das klassische Herstellungsverfahren oft für den Orthopädie-Techniker ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Uns war klar, dass wir für diese häufigen Probleme mit den herkömmlichen Herstellungsverfahren niemals eine gute Lösung dafür finden würden. So beschlossen wir, nicht nur ein Produkt der neuen Generation zu entwickeln, das diese Nachteile behebt, sondern auch ein System, das den gesamten Behandlungsablauf wesentlich erleichtert. Wir haben Pyrophie jahrelang entwickelt. Dies war einer der ersten Prototypen. Seitdem haben wir dieses Design mit Hilfe von Patientinnen und Patienten in unseren Werkstätten getestet und systematisch optimiert. Anschließend haben wir mit ausgewählten Early-Adopter-Partnern in zehn Ländern weltweit zusammengearbeitet, bevor wir das Produkt offiziell auf den Markt gebracht haben. Wir sind überzeugt von der Technik des iterativen Design. Wenn wir in der Vergangenheit eine kleine Designänderung testen wollten, haben wir immer zuerst einen Prototyp gedruckt und dann auf der Grundlage von mechanischen Tests, Berechnungsanalysen und klinischem Feedback aus Patiententests die Änderung anhand dieses Prototyp überprüft und mit den daraus gewonnenen Informationen die nächste neue Version vorbereitet, die dann erneut getestet wurde. Auf diese Weise können wir Schritt für Schritt und sicher größere Designziele erreichen. Hunderte von Design-Iterationen später sind wir nun zu dem patentierten Design gekommen, das Sie heute hier sehen. Pyro basiert nicht auf einem Bibliotheksmodell, welches dann angepasst wird. Jede Pyroorthese wird vollständig für jede Patientin und jeden Patienten einzeln erstellt, wobei Hunderte von Parametern im Designprozess berücksichtigt werden. Persönlicher und individueller können die Orthesen gar nicht gebaut werden. Es ist uns gelungen, die Pyroorthese so zu gestalten, dass sie für die Kinder bequem zu tragen und für Technikerinnen und Techniker einfach im Prozessablauf ist. Um den Komfort für Kinder zu verbessern, ist die Pyroorthese besonders leicht, extrem dünn, sodass keine größeren Schuhe erforderlich sind, atmungsaktiv, um das Schwitzen zu minimieren, schön und einfach zu tragen. Um die Pyroorthopädie-Technikerinnen und Orthopädie-Techniker zu unterstützen, haben wir es möglich gemacht, die Pyro-Versorgung perfekt in Ihrem üblichen Versorgungsablauf zu integrieren. Dass Sie Ihren bevorzugten 3D-Scanner einsetzen können, die gewünschte Flexibilität des Vorfußes ganz nach Ihren Wünschen frei zu wählen, Sparen Sie Zeit und machen Sie Ihre Produktion hierdurch extrem flexibel und beliebig skalierbar. Um dies zu erreichen, bieten wir Ihnen eine kostenlose, geführte Online-Schulung für einen einfachen Start an. Mit Pyro können Sie so in nur einem Tag komplett startklar sein. Werden Sie zum Pionier im 3D-Druck und heben Sie sich mit diesem fortschrittlichsten Produkt von Ihrer Konkurrenz ab. Der Einstieg in den 3D-Druck war noch nie so einfach und schnell möglich. Wir haben ein Konfigurations- und Bestelltool entwickelt, das nicht nur einfach und rasend schnell ist, sondern auch keine Cap- oder Designkenntnisse erfordert. Alles, was Sie brauchen, ist Ihre Orthopädie-Technische Erfahrung. Wenn Sie ein Smartphone bedienen können, können Sie auch unseren Konfigurator sicher nutzen. Für das innovative und bahnbrechende Design wurde die Pyro-Othese mit dem renommierten Red Door Designpreis ausgezeichnet. Besonders wichtig ist uns, dass Pyro-Othesen aus umweltfreundlichen Materialien auf pflanzlicher Basis hergestellt werden und im Vergleich zu herkömmlich hergestellten Othesen bis zu 80% weniger Abfall produziert wird.